so wie viel krit haben wir denn jetzt 713 erstmal scheiße ist so so hässlich war das geht schon direkt los hier mit die scheiß gegner so hässlich weg direkt aggressiv hier bei dem game direkt oder volle puller aggressiv Alter 30 Milliland und dann was ist das jetzt hier? hallo was ist jetzt los? jetzt macht der nichts mehr hier oder was? hey das ist äh ich habe überhaupt ja keine revia karte warum kann ich die nicht aktivieren hier ist da los noch und schon wieder so ein kakao, kik dir das an der da und permastanil alter der doppelschlacht macht 30 ml alter, wa? ja der slow ist aber kein AOE leider, wenn das AOE wär, dann werdet natürlich noch geiler das funktioniert nur auf den bossen hält dann was? und ich seh das Tor nicht, muss ich nachher von euch aufmachen weiß ich nicht, war das gerade 55? 29 waren nicht gerade ja 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 Diese Dreckstanz, oder? Scheiße, Todesnotaboforger. Die Sälen müsst ihr kaputt machen, Leute. Die Sälen müsst ihr kaputt machen. Aber ich mache jetzt Tankmodus hier, glaube ich. Im Tankmodus immer noch 80, Alter. So, ein bisschen Schmuck. Ja. So, ein bisschen Schmuck. So, ein bisschen Schmuck. So, ein bisschen Schmuck. So, ein bisschen Schmuck. 24 mit Schildreflektion. So, ein bisschen Schmuck. 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 ich muss mir die fünf prozent ringe musik immer zurechtlegen und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 I guess it's just what I must do Oh, don't you want me You know I can't believe it But I hear that you won't see me No Don't you want me You know I don't believe you When you say that you don't need me It's because you let me make it Wie jetzt hier alles gut oder was? Abgelehnt, genau Guten Tag Ja, Solo geht nicht Solo geht auf keinen Fall, Alter Na nochmal vier Na nochmal vier Na nochmal vier No 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 Ja, die Bosse machen halt einfach viel zu viel Schaden noch, oder? Das würde niemals funktionieren glaube ich, manchmal die Rüstung ist halt auch erst plus 22 und noch Nusi alle da. Aber es funktioniert ja. Wenn ein Heel dabei ist, funktioniert es schon. Ist zwar noch sehr ungewohnt für mich das Ding, aber geht super sauber mit dem Mix. Ist noch leicht ungewohnt der Krölzwitter. Aber es fetzt auf jeden Fall schon mal, das kann ich sagen. Was macht er da? Wenn ein Heel dabei ist, ohne Heel würde das halt nicht funktionieren. Hier war das Ding. Da bin ich noch nicht so gut. Also das Gier ist einfach noch nicht so gut. Ich bin noch leicht überfordert mit dem Krölzwitter da gerade. Sieht man vielleicht doch. Im Wesentlichen. Was? 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 Wir haben dazu, was wir nicht. Was? 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 Wir sind jetzt ok, das hat. Wie? Wir sind ja. Die, die, die. Wir sind jetzt. Wir sind. Touch me baby, tainted love, tainted love, tainted love, tainted love, tainted love. Ja man, die ganzen Tasten kloppen, alter, das ist schon übel, das ist schon heftig, muss ich mal so sagen. Ne, Metal Makes eigentlich nicht mehr, früher war ich mal oft da, aber zur Zeit nicht mehr so. Die Zeiten sind vorbei. Okay. Okay. Das ist halt auch ne Übungssache würd ich mal sagen. Auf dem Kreuz hat er hier. Aber ist halt mal ne gute Abwechslung auf jeden Fall. Mal was andere zu zocken. Ja, bester Raum, alter. No, was macht Erna? Das war ein bisschen zu früh, Jungs. Mal was. dann zeich ich mal was ihr da drauf habt, klopft den mal da runter scheiße, leute ich nehme an, wenn ich, dass ich es nicht mehr schlafen entspannend was, dass ich es nicht mehr schlafen dann wird es nicht mehr schlafen das ist nicht mehr schlafen ja berlin ist schon geht schon ab war wenn man da in die richtigen ecken geht die luci abhau auch hier weitermachen oder wo man lieber drei machen Leute. Was sagt ein Tenshi? Einlass 3, dann kann ich da noch ein bisschen mich besser zurechtfinden und so. Ja, der Boss ist Devil Dome. Aber dann kann ich hier wieder Damage Modus machen. Du hast zwei Monate da gewohnt? Das ist natürlich 3, ist natürlich kacke mit die Jäger hier. Der war mit dem ranziehen und so. Ist natürlich leicht nervig auf jeden Fall. Kommt der? Ne, der kommt nicht. Oh, leck mich doch, Alter. Ja, ist auf jeden Fall echt ungewohnt noch der Kreuzredaio. Bis zum nächsten Mal. 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 Voll Tunnelblick, alter, auf den Kreuz oder gar nicht. Richtig übel in Tunnelblick. Richtig übel in Tunnelblick. Ey, Devil Dome 3 ist schon hässlich, muss ich mal so sagen Leute. Richtig übel. Richtig übel. Richtig übel. Richtig übel. Richtig übel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ad mut, ad mut. Hexenmeister, alles klar. Dimmel möchte gerne mit ins Devil Dome, hey, alles klar. Da ist er. Der hat, glaube ich, schon Gruppe, wa? Nö, man leset nicht. Alter, los, Junge. Ey, dieses Stunz, diese verrückten Dreckstunz, Junge. Ey, wie lange sind wir denn jetzt überhaupt schon drin? Eine Stunde, glaube ich, oder so? Dann. 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 Dann, dann. Dann. du hast wahrscheinlich mehrere patches verpasst würde ich jetzt mal sagen er kann gut tanken ich weiß nicht wann du jetzt das letzte mal zockt hast keine ahnung alle klar diese misstanzen du musst mal in der nachtschicht nachlesen sind schon einige große patches gekommen da war noch eine mini erweiterung sag ich mal so war noch dabei ja 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 bei mir auch damit letzte mal ich hab versucht jetzt wollte ich hier auf meine okku skills gucken affektion des lords wollte ich glaube ich klussen das ist dreimal gefehlt auf plus acht alter dreimal die scheiße das ist ja auch so den gildenraide kennst du noch denn danach kam nicht mehr nach dem gildenraide dann bist du eigentlich so gut wie auf dem neuesten stand nach dem gildenraide kam glaube ich nicht groß mit mehr glaube ich ja was sagt nur ihre xp eigentlich nexus lichter nö dann ist nicht nicht viel zu lesen 25 gemacht hast du jetzt gemacht 25 prozent oder mit 20 prozent ja dieser ist eine übung sache aber ich denke mal das können wir ruhig mal den oder andere machen es war voll krüppel irgendwie aber geht schon kann man mal machen so wie das eh eine kommentare unter dem video war ja mehr für die kleinen leute machen das ist ja schon mal der beste raum jetzt hier noch eine runde ich muss mal 180 werden ja wie gesagt ist noch ziemlich ziemlich ungewohnt letztes mal wo ich mit tenji war war das irgendwie weitaus angenehmer komischerweise aber irgendwie ich weiß nicht woran das jetzt liegt dass das sich jetzt so komisch irgendwie spielt ja das letzte mal wo ich mit duo mit tenji war hat sich das echt verdammt geil gezockt auf dem kreuzritter muss ich mal so sagen und noch eine runde drehen den netten kommentar meines vaters ne 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 warum jeden die immer so schnell auf euch die jünger ihr seid doch noch ja nicht in der nähe lasst mir doch einen ruf endet ist so krüppel hier oder krieg echte krise bei der bildung da oder das ist so lächerlich ist doch heftig einfach nur der will oben drei ist so eine dumme ebene leute ich verstehe heftig da kannst du nicht zu sagen übel da weg richtig aggressiv so Okay. Let's do it Let's do it Let's do it Take your time Let's do it You know you are to slow down You've been working to fall and that's the fact Sit back and relax a while Take the time to laugh and laugh Fortnite? Genau Fortnite kommt uns hier nicht in die in die Röhre und so Wo kommen wir da hin? Geile Mucke? Ja man Volle Pulle 80er Ey dimme muss ich aber auch sagen finde ich sehr schade Dass ich das nicht mehr so zocke Am Anfang hat das echt viel Spaß gemacht Aber irgendwie Hat das von ihnen auf den anderen Tag Abprobt hat das aufgehört Mit Battlefield 5 Eigentlich sehr schade Sehr schade Die ganze Sache Oh was willst du machen? Max Battlefield ist kaputt gegangen Warum? Was ist da los? Alter Achso das war das ist aber schon länger mit dem unsichtbar Dings da war Das hatte ich das letzte mal wirklich gespielt habe hatte ich das aber auch So Dass du da teilweise nur die Köpfe oder so Leichte Umrisse nur gesehen hast Ach Wie da gibt's das? Haha Nicht schlecht Ja es ist wie bei ihr rappelt Einen Patch und dann hast du 5 neue Bugs Einer wird gefext Und das kommt 5 neue Bugs Und jetzt kommt 5 neue Bugs wie man hier sieht auf dem kreuzritter keine probleme mit lex alter auf dem okkultist hätte ich jetzt wahrscheinlich schon zweimal neu einloggen müssen keine probleme mit den damit anzeigen hier das hast du wirklich nur auf den fett klassen oder auf auto attack klassen wahrscheinlich wesentlich greif an das ist hier schon eine geile ebene ja auf dem kreuzritter keine probleme mit dem angriffsscheiß pack da los Mit dem Kreuzradar kein Fall, mit dem Okkultist ja keine Probleme. Mit dem Tankpad halt, aber auf dem Kreuzritter keine Chance, da bin ich zu low halt noch. Die Rüstung auf dem Kreuzritter ist halt erst plus 22 Nuzi. Meine Stats sehen gerade so aus. Im Tankmodus, Comic of Globic 600k oder so, 660k live. Was macht er denn da, Junge? Er macht erst mal einen Räuberjunge hier. Was hat er denn vor, Junge? Das ist ja schon wieder eine geile Ebene hier, Junge. So, nochmal ziehen. Aber das ist doch sicherlich das Ding hier, oder? So, kommt er noch einen Meter ran hier, oder? So, ich renne mal nochmal im Kreuz. Das ist der nächste Down. Greift am besten ja nicht mehr an, Elfa Mittelofen, ne. Das ist ja hier. Er stirbt schon, oder? Ne, das ist jetzt ein anderer. Ach, du wolltest tanken diesmal alles klar. Was ist denn das? Und Lichto macht sie direkt vom Acker, ohne was zu sagen. Ist das ein Penner, Junge? Alles klar, Elendiere. Bis später. Eh, legt mich doch hier, oder? Devil Romeo! So nochmal. Ja, die müssen halt warten, wenn die Bissig richtig angetankt haben. Wenn die da vorher schon irgendwelche Skills durchdrücken, kommt natürlich direkt die Ago durch, kriegen die direkt eh noch auf die Mütze oder nicht. Ja, die müssen halt warten, wenn die Bissig richtig angetan. Reicht für das erste Mittel in den Wasser. Genau sauchst du ihm, ist klar. Brauchst du drin eine Kiste oder was? Dann leg noch mal los und hol schnell eine Kiste. So. 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 Samstag eine Woche zelten, sauber. Wo geht's denn hin? Aber verrat mal lieber nicht, sonst kommt da einer vorbei noch. Na los, los mal hier. Los, ein Mühe noch hier, was mach ich denn hier? Was? Ich hab doch die Agro gehabt oder nicht? Was ist denn das? Rostocker Heide, sehr schön. Eine Woche schön zelten, nur sauber. Ehrlich du, so kannst du aber nicht mit deinem Freund reden. Du hast Marshmallows? Ah, nee, Mann. Denn lieber Fatted Steak oder sowas. Vom Feinsten. Ist ja schon mal da hier... Nee, man muss nicht unbedingt sein. Marsmallows, Junge. Das können die Kids sich da gerne rinballern, aber ich bin da raus. Marsmallows, weißt du bescheid, Junge. Los, los, los. Genau. Dimmer hat's erwarten, älter. So, wie lange haben wir noch? So, wie lange haben wir noch? Eine halbe Stunde, die machen wir noch mal. Ja. Und dann 19 Uhr, der will doch um 6. Oder was? Ja. Da würde ich dann auch wieder auf den Okkultist loggen. Alter, los. Los, los, Junge. Er macht ja auch nicht hier. Todesredaktor, aber schon mal. Na super, Junge. Das war gerade zu früh. Das war gerade zu früh. Was? Nur wenn ich ein Jürtel baue? Ich habe ja keine Essenzen mehr, die habe ich verkauft. Ja. 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 Das war's für heute. Wir sind magisch, nicht dein Leben ever stray, und es ist all your hopes ever, destiny will arrive, bring all your dreams alive, for you, bring all your dreams alive. Wir sind magisch, nicht dein Leben ever stray, bring all your dreams alive. Ey, das ist doch wieder hier zum Ausrasten hier, oder? Das ist ja wieder hier sehr geil. Wir sind magisch, nicht dein Leben ever stray, und es ist all your hopes ever, destiny will arrive, bring all your dreams alive. Guck mal, Topraum, Alter, hier ist sie drin, ziehst alle zusammen, kein Problem, Junge. Looof, joh, wat? Wir sind magisch, nicht dein Leben ever stray, und es ist all your hopes ever, destiny will arrive, bring all your dreams alive. 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 Vielen Dank. Ja, loben sie da rechts natürlich, Alter. Renik nochmal hierhin. Ey, so dumm, oder? Ja, er oben nochmal. Komm, den Renik auch nochmal im Kreis hier. Sehr schön. Ja, loben sie da rechts. Ja, loben sie da rechts. Ja, loben sie da rechts. Ja, das geht, Alter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 gleich das ist halt nicht mehr da war wie viel viel war da viel geiler da konnte ich stundenlang ihn und dieselbe mit zocken aber bei battlefield 5 ist irgendwie weiß ich auch nicht kein plan auch eine essenz neu getroppt na super so ich glaube reich nexus war ab in den tauren